Das war's! Haben Sie die Höhle geräumt? Ist sie sicher? Haben wir das gemacht? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall eine Knarre. Und äh... Sidequest? Wo sind Sie? Habe ich die Höhle geräumt? Habe ich die Höhle geräumt? Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Bäm, bäm, bäm. Pistolenvisier. Ach ja, wir haben das Ding gleich bekommen? Ja, find ich nice. So. Hier haben wir alles weggeräumt. Ich seh schon. Und wir wollen die andere Waffe erstmal. Yeah. Ist das jetzt unser Pistolenvisier? Ich seh kein Pistolenvisier. Egal. Okay. So. Äh, unsere Quest befindet sich da hinten, ne? Wollen wir doch erstmal gucken, was da ist. Da ist so ein Seinfeldding, ne? Na los. Jacob wartet. Ist schön für dich. Ich muss gucken. Ich muss gucken, was hier zu tun. So. Ach, wir sind immer noch hier? Ist das noch die selbe Stelle? Selbe Stelle, gleiche Welle. Heißt das so? Ich weiß es nicht. Doch, wir sind zurück. Wir sind zurück. Hier ist der Truck. Ja, tatsächlich. Ha. Ich bin ein Genius. Gut, dann, äh, sind wir durch. Dann sollen wir jetzt hier. Gut, durch sind wir nicht. Wir wollten zurück, ne? Da war hier das Lagerfeuer. Nein. Wir wollten doch heute doch in die, äh, Höhle schauen. Mit, äh, Knarre und so, ne? Dann machen wir das gleich. Ne? Bisschen verwundet in der Nähe. Willst du mich verarschen, oder was? Ich sehe keinen. Die verarschen mich, okay. Wir gucken in die, äh, in die Karte, auf die Karte, wenn wir wieder zurück sind. Oh, ein Fähigkeitspunkt verfügbar, ja? So, wo waren wir denn stehen geblieben? Was haben wir denn hier? Ausweichkill? Nö. Äh, Feldsaniter. Da verbinden sie Wunden schneller. Effekt verstärkt sich mit der schneller Fähigkeit heilen. Hast du nicht gesehen. Kannst du knicken. So, what haben wir denn hier? Die, äh, Atemkontrolle. Mhm. Tierische Instinkte. Tiere glühen. Das wäre natürlich gut für mich. Allerdings, äh, nö. Verhören sie gleichzeitig bis zu zwei Pfeile auf zwei separat anvisierte Ziele ab. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Hört sich aber cool an. Eine Kopftreffer-Anzeige erscheint ja nö. Das brauchen wir nicht. Verdienen sie Bonus-EP, indem sie Kopftreffer, lautlose Kills oder tot von oben Kills erfolgreich verketten. Ja, Kettenkills, da bin ich nicht so der Fan von. Äh, überleben. Äh, stellen sie in Basislagern großvolumige Munition. Ah, da finden wir genug von Holzspittgeschosse. Stellen sie Pistolenkugeln her, die großen Schaden verursachen. Ich, ich lande sowieso jetzt, Schatz. Abriss-Experte. Fortgeschrittene Techniken verleihen allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Das ist natürlich cool. Äh, Herausforderungsobjekte. Landen sie aus beträchtlicher Höhe, ist natürlich cool. Finde die durch hergestellten Objekte nicht. Schnellere Herstellung. Das ist doch alles irgendwie nicht der Bringer, oder? Das ist alles irgendwie nicht der Bringer. Ich kann mich echt grad nicht entscheiden. Nicht, weil es zu viel gibt, weil ich nicht weiß, was ich nehmen soll. Ähm. Joa. Hm. 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 Was soll ich nehmen? Wir, wir, wir bringen die Tiere zum Blühen. So, das wird mir helfen. Dinge, die mir helfen, sind immer gut. So. Dann wollen wir doch mal kurz zurück. Was ist das? Vorratsschuppen. Ach, der Vorratsschuppen. Ja, da kennen wir ja noch. So, Wildnis hast du nicht gesehen. Da gehen wir mal hin. Und da gibt's ja diese eine Hülle, die wir ja bekanntlich nur nicht ansehen konnten, weil wir keine Waffe hatten. Hätten wir wahrscheinlich schon mit der Pistole machen können, aber, äh, mein kleines Gehirn ist nicht dahinter gekommen. Das, äh, Waffe machen Holz kaputt. Deswegen, gehen wir jetzt dahin. Ist ja alles gar kein Problem. Was ist das für ein Kabel? Ich hab ja so ein seltsames Kabel neben mir liegen. Hä? Egal. Dann kümmere ich mich später. So. Lade Screen. Dankeschön. Und die Hühle, soweit ich mich erinnere, war hier hinten irgendwo. Wahrscheinlich ist da nix drin. Hä? Was? Das ist ein Baumlehrer. Ja, genau. Da kannst du dann vorbeinaufen. So. Wo ist denn die... Jetzt liegt hier Munition rum. Seid dran. So. Ich bin jetzt mein Jäger. So jagt man Tiere. Mal gucken, wie viel ich rausbekomme. Ich bekomm trotzdem so viel wie mit Fallenbogen. Denn damals im ersten Teil von Tom Brady. Da hat man weniger bekommen, weil man eine Schusswaffe verwendet hat. W-w-w-w-w-w-w-w-w bist du denn? W-w-w-w-w-wollt ihr denn hier? Ihr wart vorher ja nicht hier. Das weiß ich. Ich war hier schonmal. Holy Shit. Hab' mich so sicher gefühlt. Wir sind respawned. Ich will doch nur zur Hühle. Gut. Jetzt muss ich euch auch mal blindern, oder was? Ach! Was? Halt mir? Was? Oh, ich habe aus ihm eine Falle gemacht. Hups. Was hat denn jetzt hier alles für Stuffum? Das ist neu. Und jetzt liegst du plötzlich hier, du scheiß Viech, oder was? Gut, sparen wir Munition. Da. Das habe ich letztens gesucht. Wir hätten schon viel früher hier reingehen können. Und hier haben wir eine Hühle. Wie schon gedacht. Und ein bisschen Stuff. Ja, komm, aufmachen, Leroy. Du weißt schon, wie das geht, ne? Ja. Ein mongolisches Banner. Eine Art Fahne, die an einem Speer befestigt wurde. Das hier sieht ganz schön mitgenommen aus. Gehört das auf den Kopf. Das soll eine Fahne sein? Das sind Haare. Da hat sich jemals als Frau ausgegeben. Oder als der Prophet ausgegeben. Oh mein Gott. Ist es möglich, dass es doch nicht der Prophet ist? Ja, wow. Bin ja nahezu begeistert, was wir hier gefunden haben. Oh, yeah. Zweimal Fell und hier sind noch Pilze, oder? Ja, Pilz. Oh, ja. Hat sich gelohnt. Wir haben zwei Pilze, Freunde. Und finden den ausganglich. Ich finde nicht klasse, dass sie die Anführungsgebiete quasi verändert haben. Dass da einfach mal Sachen spawnen. Nicht cool gemacht? Ah. Bin auf der Jagd. Jetzt seid ruhig. Okay, vielleicht sollte ich den hier verwenden. Wobei, das Vieh gibt mir nur, äh, Fell, ne? Auf dich zu bewegen. Es ist so schwer, dich zu treffen, Mann. Ja. Ah, so jagt es sich leicht. Gibt noch etwas Verstecktes hier? Ich glaube nicht, ne? Gut, dann hau ab. Oh, 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 oh. Ja, hochklettern, verdammt. Okay, es ist noch da. So. Oh. Ein Pfeil? Das ist mir neu. Habe ich gesehen, dass sie zwei geworfen hat. Oder geschossen, ne? Ich glaube, Pfeile wird man nicht. Ich sage, glaube ich, seit meiner, seit Anfang an, von meinen Let's Plays, sage ich, dass ich Pfeile werfe. Kann das sein? Ich weiß nicht, wieso. Damals schon in Skyrim, da habe ich auch schon Pfeile und Bogen mit hergeworfen. So, da oben liegt noch was. Ach, Muni. Schrotmuni sieht aus wie Schrotmuni. Lassen wir sein. Oh, eine Leiche. Ich sollte sie mal untersuchen. Bei mir klappt es nicht. Bei mir klappt es nicht. Da fehlt noch ein Relikt. Wo fehlt denn die noch ein Relikt? Hä? Das habe ich? Und das habe ich? Ich bin blöd. Es tut mir leid, aber ich bin blöd. Aber weil ich blöd bin, laufen wir da jetzt hin. Ah, Seilpfeil. Nein, 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 nein. Das war mein Giftpfeil. Ich weiß, ich verkack's immer wieder mit dem Giftpfeil. Deswegen, äh, lass ich es diesmal sein. Ah, hallo, Dude. Brauchst du das noch? Ich glaube nicht. Ein Daumenring eines mongolischen Bogenschützen. Damit konnten sie schnell vom Rücken eines Pferdes schießen. Er muss einem recht großen Krieger gehört haben. Ein Daumenring? Warte kurz. Klar. Mit dem Daumen hält man den Pfeil fest. Ah, ich muss das gerade ausprobieren. Ein Glück, hab ich keine Kämmern. Das hätte sonst ein bisschen blöd ausgesehen. Ja, cool. Also damals in Temporator konnte man die Dinger noch weitaus mehr untersuchen. Aber gut. will ich auch nicht gemeckert haben. Pilze voll. Ach, das ist ein Bein. Das wären Pfeile. Na gut, ein Bein zu schießen wäre auch nicht schlecht, ne? So. Schnell zurück, paar Minütchen will ich euch noch geben. Ach, Mann. Oder falsche Weg. Ich hab's gesehen, als ich runtergefallen bin. Aber wir können uns an unser Lagerfeuer anschleichen. So. Das hat es nicht kommen sehen. Oh, Upgrades verfügbar. Hm? Ausrüstung. Hm? Was haben wir denn da so schönes? Ähm. Ja, ein paar Patronen nehm ich immer gerne, ne? Patronen kann man nie genug haben. Handwerkerin. Und so viele Kämps? Echt? Was? Wieso ist das? Ist das ja so ein Quest-Symbol? Hä? Hä? Muss ich das verstehen? Hatten die nicht versprochen? Ich glaub, die hatten versprochen, dass, äh, in Rise of the Tomb Raider, ne, ne, warte. In Rise of the Tomb Raider, ähm, größere Reale gibt. Ich mein, das ist jetzt, es ist groß. Ich, ich geb's zu, es ist groß. Aber da hab ich schon einen Tomb Raider größere gesehen, geb ich ehrlich zu. Gut, vielleicht haben, haben sie einfach gedacht, sie packen ein paar mehr Lagerfeuer hin, damit es ein bisschen größer aussieht. Okay. Na gut, dann rüber da. Also, eins muss ich zugeben, es sind auf jeden Fall mehr Lagerfeuer in einem Gebiet. Das begrüße ich sogar. Also, wirklich, das Versprechen, was sie gegeben haben, haben sie bisher nicht eingehalten. Wenn sei denn, dass da noch was kommt, die Munition können wir jetzt tragen, ne? Aber, wir lassen uns mal überraschen. Was ist denn hier? Ein paar Tierchen. Psst, ich bin auf der Jagd. Jetzt, hör auf mich zu verarschen. Ich will dein Geweih. Okay, fuck. Ich hab natürlich den Bogen gezogen und ich bin gesprungen, wie immer, anstatt irgendwie was anderes zu machen. Egal, was ich tue, egal, was ich tun will, ich springe. In jedem verdammten Spiel werdet ihr sehen, dass ich irgendwas machen will und dann springe. Weil ich glaube, dass die A-Taste zum Interagieren führt. Liegt das an Skyrim? Bin ich so Skyrim geschädigt von meinem Let's Play? Bin ich so Skyrim geschädigt von meinem Let's Play? Sowjet-Soldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Oh, ich bin gespannt. Wieder allein. Steigen Sie auf das Kupferwerk, um den Mineneingang zu erreichen. Okay. Aber erstmal hören, wie sie uns ihre Geschichte hat. Ich denke jeden Tag an Dad. Ich war jahrelang so wütend auf ihn, weil ihm die Arbeit so wichtig war, er einem Märchen nachzujagen schien. Ich wusste doch nicht. Ich sage mir, dass ich noch klein war, ich es nicht verstehen konnte. Aber ich habe ihn verloren. Und jetzt fühle ich mich ihm mehr verbunden als damals, als er noch am Leben war. So weit ist er nie gekommen. Aber er ist bei mir. Die göttliche Quelle ist hier, und ich werde sie finden. Er wusste, dass sie den Begriff der menschlichen Seele ändern kann. Dass sie die Welt verändern kann. Aber er ist tot. Und außer mir weiß niemand mehr, dass er recht hatte. Tja, liebe Lara. Ist schon immer blöd, ne? Gut. Freunde, das war es dann leider auch schon für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer etwas längeren Folge, wie wir es kennen und lieben. Haut rein! Euer Serum. Tschüss!